Hallo und herzlich willkommen zuletzt bei Europa-Universal des 4, Teil 74. Ja, in diesem Teil habe ich mir überlegt, was spricht eigentlich dagegen, hier noch mehr Afrika zu erobern. Nicht viel, das Spiel läuft halt nicht mehr ewig und da muss ich... Oh, ich sehe gerade administrative Punkte, sind schon wieder fast voll. Das Spiel läuft nicht mehr ewig, da muss ich überlegen, was für Ziele habe ich noch. Ich kann die kleinen Mächte angreifen, ganz großen Krieg gegen Frankreich. Da habe ich jetzt keine Lust mehr, ich weiß nicht, wenn Frankreich mir noch mal den Krieg erklärt, dann hat... Na, okay. Aber Volga-Burgarien sehe ich jetzt nicht als Supermacht an, das wäre ja noch mal auf eine Mittelmacht rumtrampeln. Naja, mit Sibir und Kipchak verbündet. Das ist hier kein riesiger Machtblock. Aber Malindi ist technisch noch richtig schön rückständig, Verbündete von denen sind nur die Sadiets, das ist noch das hier. Schauen wir mal. Die Inka würden sogar mitmachen, das machen wir alleine. Oh, das darf der neue General machen. Ach ja, die Administrativen Punkte, ah. Was ist ein Development? Wann kann ich denn neue Technik da bauen? Oh, noch. Ah, mehr geht doch nicht. Okay. Okay, Zeit läuft weiter. Oh, die haben Schiffe. Ich soll ein paar Schiffe schicken. Oh, jetzt habe ich elf Stück genommen. Komische Zahl, aber warum nicht? Oh mein, vier schwere Schiffe haben sie dabei. Sind natürlich so veraltet wie ihre Flotte. Na ja, hätte ich noch ein paar Forstenauftrag gegeben. Ist jetzt hier ziemlich voll mit Gebäude ausgebaut. Ich höre Madam aquilo. didify es noch eins in Arbeit. Ist outra. t Dame auf, ihr seid nur dem Luftge primary. confuse. Ja. Beth. Ich professionally. Ich가지고 habe mich. Und Edgeâtelbewesen. äunie. Ich bin my Christoph. Für dich. Ich bin Eisem. So, hüfteste Belagerung. Hm, hier ein mehr stecken sollen, die blockieren nicht alles. The Counter-Reformation ends. The Counter-Reformation served its purpose, but the era of a richer strife in Europe is coming to an end. Time to move on. Okay. Und die Kolonie ist fertig. Aber die Kerne kosten praktisch nichts. Ist hier der Handelsknoten. Sibirien, naja, da werde ich auch immer stärker vertreten. 37%. Ich weiß nicht, ob das was zu sagen ist, dass der Knoten hier ist, dass es da einen Bonus gibt. Und nicht viel besiedelns auf jeden Fall. Ich glaube, ich war zu geizig mit Schiffen. Oh, blablabla. Ich weiß nicht, ob ich das war. Der belagert hier tatsächlich, das ist ja frech. Oh, mein alter General ist gestorben. Schon wieder einen Kroaten gewählt. Okay, das kann die australische Armee erledigen. Gucken, ob wir noch da sind, wenn ich da hinfahre. Ah, wir fallen ihm entgegen. Ich hoffe, wir begegnen ihm. 10 Prestige verlieren oder Nationalen Umruhe plus 2. Wir verlieren hier was Prestige. Ah, und hier haben wir sie gefunden. Ja, wir haben wieder den heiligen Sitz genommen. Das ging ja schnell. Mehr Toleranz und mehr päpstlichen Einfluss, weil ich das als Mission hatte. Slippish Trade in the Americas. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Nishni Novgorod zurückholen. Wer hat das gerade? Das ist Volker Burgayne oder Frankreich? Ah, das ist immer noch Frankreich. Das sind alles halt blöde Missionen. Schick mal ein Infanterie zurück, der die Gebiete da jetzt einnimmt. Cat, das war die frisch Besiedelte. Revolution in Vichwa... Vichwa-Rub-Sens. Okay. Das ist eine nationale Katastrophe. Also da ist jetzt eine große Revolution. Das müsste doch irgendwo angezeigt werden. Ja, viel haben die eh nicht, ne? Das... Oh, das ist größer als ich dachte. Das sind Revolutionäre. Oh, das ist also schön. Soh,и. so jetzt geht's doch schon mal hin keine konflikte in persei ok gar nicht so weit weg von uns nach bruna ist ein protektor hat der inka geworden schade portugal breitet sich ganz schön aus hier revolution ist schon vorbei ist anscheinend doch nicht so schlimm immer noch eine monarchie kann schon mal weiterfahren in die pfefferküste ok ach wir haben eine insel übersehen die bohken sind nicht immer aktiv ich hätte gehofft das ist die karte mehr aufteckt weil ich mehr kontakt habe ja gut die cheyenne sehen wir jetzt mal das ist die hauptstadt ich glaube ja ich will besser da mal beziehen vielleicht deckt das hier ein bisschen mehr auf was die usa für ein krieg gegen heichy meine güte da haben die was in der nähe ich sehe da gar nichts hawaii gehört den inka was haben wir hier noch für starten hat der kiyama japan recht rücksicht und katholisch gemühen wir uns auch ein bisschen japan recht rücksicht und homo ist auch katholisch japanische kardiniele da auftauchen würden da guck ich mal wenn ich nicht im krieg bin ob ich dem flash was anbieten kann das heißt zumindest wissen wir jetzt wo die cheyenne zuhause sind ja 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 Das war's. Die bieten uns Reparationen an. Ich bin hier wohl. Ich belagere das eben noch, dann haben wir alles. Bis auf den Verbündeten. Das ist auch noch mal Lindy. Fangen wir mal, die wir durchmarschieren dürfen. Dankeschön. Ach, ich hab die Insel vergessen. Ich muss sie am besten auch besitzen, damit da keine mehr nachkommen. Okay. 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 Lampartnieren rein. Tocke�. Okay. harvestigen punkte Jetzt noch hier die Burg einnehmen in Merik. Okay. Oskar 83%. Ja, die Sadid-Armee existiert noch, aber da oben irgendwo. Haben, 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 haben. Guck mal, wie toll es ist, wenn wir einfach alles hier anklicken. Volle Annexion, dann kommt auch nichts mehr zurück. Pro Extension. Mit sechs Ländern ein bisschen Beziehung. Probleme wahrscheinlich hier in der Gegend eher, also kostet keine diplomatische Macht. Ja, machen wir das. So, und wir werden es durchmarschieren dürfen. Machen wir die Rebellen weg. Eigentlich nur, weil ich da durch wollte. Gut, ach Gott, ja, die Kerne bauen, kostet ja auch. So, hier können wir die Extrasteuern einfordern. Sofa-la wäre halt noch was. Sofa-la. Sofa-la. Ja, diese Extrasteuern, oh. Mogadisho sieht auch ziemlich hilflos aus. Oh mal, die hat Portugal den Krieg erklärt, aber Portugal hatte halt sich, ja, die sind mit Kapazien verbündet. So, interessant zu wissen, wenn Kapazien hilflos ist, könnten wir da auch nochmal zuschlagen. Bei Portugal hat hier ein paar Flecken, also irgendwie haben sie wohl mal einen Krieg gewonnen. Die haben hier ein paar Gebiete. Das wird Marlin erst hier zurückhaben wollen und das hier. Wir haben keine Freunde, nichts. Das ist eine interessante Bewegung, muss ich ihnen lassen. Ne, das nehmen sie noch nicht an, die volle Annexion. Die Inka haben Portugal den Krieg erklärt. Ich glaube, ich brauche schon mal einen neuen Anspruch bauen. Ich hätte ja gerne die ganze Küste. Oh, sie haben sich neue Freunde gesucht. Seidiet's nehmen wir nicht ernst, aber Oma Jatz. Oma Jatz ist immer interessant. Auch für uns. Oma Jatz ist immer merde. Untertitelung. BR 2018 Okay. Haben unsere Missionare auch wieder was zu tun demnächst? So. Ja, das ist einfach, weil das so einfach war. Insofern da ist technisch ein bisschen... Wow, die sind technisch aktuell und sind für Westlicht erfolgreich. Wie viele Truppen werden die auch nicht haben. Ich weiß gar nicht, wer wichtiger ist hier. Das oder das. Aber Japan ist glaube ich das größte katholische hier in der Gegend. Oder Otomo. Oh, die würden da eine Allianz gerne annehmen. Da wird auch noch eine frei. Okay. Das gibt mir quasi einen Stützpunkt in der Gegend. Ich meine, das hier gefällt mir gar nicht. Wer ist denn mächtiger von euch? Japan. 3000. Manpower. F-366. Oh. Otomo hat 9000. Ist grad... F-15. Guck mal was F-15. Ich weiß nicht, was die grad von da haben. Otomo ist klar stärker. Aber auch ein Witz eigentlich, dass die haben. Technikstufe 18. Japan ist technisch viel weiter. Okay. Ich weiß hier viel. Ach, das bringt mir gar nichts. Das ist so ein bisschen Loyalität. Weil die katholisch sind. Ach. Aber ich wüsste, wo in der Gegend nicht meine Schiffe parken kann. Ach komm. Für unseren Papst. So, das macht unsere Kolonie. Ah, bittet mich so einen Halapps zu erobern. Ah, hier. Okay. Ah. Ist halt wieder Bündnis Frankreich... Frankreich, äh... Arifiz in Gang. Und jetzt sind die Karpaten da quasi noch beigetreten. Carinthien ist aber erbärmlich schwach. Gut. Da können wir Diplomaten abziehen. Können wir mal hier in Anspruch auf Sophia... ...aufbauen. Hoppla. Sobalde Zölle plus 10% Ja, besser als Colonial Range brauchen wir ihn wirklich nicht Eata Ingfried Sieht ganz schön alt aus für einen 30-Jährigen Native Assimilation in Tomsk Sehr gut, 100 extra Gut, Anspruch auf Königsberg ist fertig fabriziert Das ist ein Diplomat wieder frei Das wird gleich fertig Ah, einen neuen Nachbarn gibt's gleich Das ist nicht mehr arktisch da unten, sehr gut Bis hier ist das noch arktisch Jetzt kommen endlich wieder ein wärmerer Gefilde Es droht lokale Unruhe in Kismayo So, wo immer das liegt Sollen sie ein bisschen Steuererleichterung kriegen Ach, hier ist das, wo die Armee drauf steht Ah, wir kriegen noch eine Ideengruppe Also, the Enlightenment Die so-called enlightened Philosophers Are nothing more than madmen With notions such as the separation of church and state And sexual or racial equality Still, the thinking has led to the development of new ideas In the areas of state and government Kann man gucken Ich habe gerade administrative Monarchie Mehr Produktionseffizienz Mehr Steuern Und Autonomie geht runter Hm Achso, ich habe gerade nicht genügend Punkte Hier würde ich mehr Manpower kriegen Noch weniger Autonomie Fremde Kulturen wären eher akzeptiert Vielleicht finde ich, dass die Boni besser sind Hups Kann man sehen, die Zusammensetzung Ah, wir haben beim Einkommen Frankreich überholt Sehr gut Ah, das wollte ich Was, es gibt pomeranische Kultur noch 0,3% Griechisch 5,3% Also, fränkisch 27,2% Äh, ja, es ist besser, dass wir es akzeptieren Das ist der größte Brocken Ich glaube, die Grenzen für akzeptiert war so ein 20% Wenn das ein bisschen runter ginge Ich glaube, ich habe nichts dazu Angelsächsisch noch 9,8% Andalusisch 7,8% Dänisch 4,9% Dänisch 4,9% So, ich glaube, wir müssen was nicht Militärisches nehmen Punktemäßig ausgeglichen Administrativ ist ein Tick besser Fürs Late Game alles ein bisschen spät Können wir noch Prestigeverfall verniedrigen Technologien billiger machen das auch ein bisschen spät Naja, bisschen mehr zusammen mit humanistischen Ideen Besser spät Also, das wäre immer noch nützlich Mehr Diplomaten Diplomatsche Ideen Ist jetzt alles nicht mehr wahnsinnig wichtig Guck mal, hier gibt es nochmal ordentlich was auf die Wirtschaft Nimm die humanistischen Ideen Oh Flying Battery Oops, nochmal Defense in depth Thanks to the building of several layers of fortification Overrunning of outdoor bastions Simply moved the siege to the next layer Forcing attackers to prepare new locations to sight guns And increasing the length of the siege Ah Es gibt vielleicht bessere Kanonen Ah ja gut, das geht darum, dass die Artillerie sehr schnell verlegt werden kann Auf dem Schlachtfeld Halt, wo ein Stück weiter bewegt wird Ein bisschen wie Siege-Tanks-Hopping in Starcraft Aha, nee, das gab's natürlich Das war natürlich eher da Ah, Demands for Representation Ja, nehmen wir nochmal administrative Macht, um das zu unterdrücken Mit Galicien verbündet, Gott sei Dank Oh, aber die 39.000 hier Schon ne beeindruckende Armee Ups Das ist unschön Dick Frieda ist gestorben Und nicht so gut Synex Syneges Der, der die Erste Sehr militärisch 46 Ja, gut Ne, 69 auch schon Ja, das ist die Scheiße Da wird ein Oh, aber hervorragender Diplomat Eitel mehr, wenn der Nachkommt In Kürze 263 Jetzt haben wir 1, 2, 5 Aber wie gesagt, wird nicht lange dauern Wenn wir mal boosten müssen Auf einmal das administrative Punkt etwas rar Ähm, ja Können Karinthia das auch komplett einnehmen Die militärische Macht haben wir Achja, uns sind unsere Royal Marriage Ist gerade abhanden gekommen Mach dir auch eine Wo ist es denn? Zu weit weg, sagen die Hm Das hat Abyssinien auch gemacht Und irgendwann war da kein Abyssinien mehr So, Zeit für einen kleinen Überblick Ah, sehr gut Die ganzen Kerne sind fertig Darauf warte ich mir auch So Ah, wir haben noch 2 Missionare Zeit zum Bauen Produktionshäuser bauen Ähm Vor allem Kathedralen Ja, da haben wir viele Bauen wir einfach nur aus Also ich guck gerade mal Der Preis 180 ist in der Ausbau Da geht kein Gebäude-Slot weg Dann soll es aber bei 270 Dann steht da noch gar nichts Dann soll es halt ein bisschen mehr bringen So, ja Gut, bei 180 ist ja in Ordnung Wenn es nur 5 bringt Ähm Ja, Kathedrale in Hamburg Aber nicht Dann ist ja in Ordnung Dann ist ja zu blöd Für 270 Nur 5 Dann spreche ich mir den Gebäude-Slot lieber für etwas effektiveres Große Kathedralen-Kathedralen-Bauaktion von 1772 Ah, da kommt auch 10 mehr Handneu Gut, da ist teuer zu bauen Jahrhön Tausend Die Osten Die Oh Gott, Porto bringt Mängel. Hier ist es teuer wegen der hohen Autonomie. Hier ist es auch so teuer, wenn es arktisch ist. Ah, hier gibt es die Einnahme auch relativ hoch. Oh, reiche Länder hier. Okay, hier ist es ein bisschen teuer. Gut, in halbem Schatz rausgehauen für Kathedralen. Oh, dann geht mal da durch. Okay. 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 Okay, hier gibt's noch eine Technik. Midshipmen Cadets. Originally the Midshipmen was a rank given to an experienced seaman who worked in Midships. Men who aspire to become officers would often choose to serve in this role. If we formalize this and make it precondition for acquiring the rank of a commissioned officer, we ensure future leaders understand the ships they command. Ah man, naval morale. Achso, das war ja das Update, was nicht so toll war, aber das nächste bringt was für ein Handel. Gut, wo gibt's die nächsten Rebellen? In Adal. Somalisch, das ist hier oben ja. Oh, wem auf Sklavenhandel. Oh, ich such grad noch, okay, da sind sie. Ist das Adal eine Kultur? Ne. Saint proclaimed, the Pope has just announced that one of our rulers most esteemed and revered ancestors was actually a saint. This is cause for great celebration. Ah, der Stabilitätspunkt ist wieder da. Sehr gut, dann gab's ihm geschenkt. So. Ashmuran ist hier den nächsten. Ach, da wollen wir die da hin. Gut, dann sind die schnell richtigen Gegend. Dann machen wir hier automatisch auf Rebellen rumstampfen. Was, Otomo hat seine Allianz mit uns gebrochen? Das ist ja, das ist eine gewagte Sache. Ja. Bieten wir doch Japan eine an. So, Extrazelle von Australien brauchen wir nicht. Und katholische Zeiloten besetzen hier gerade. Hatakeyama. Jetzt ist es, ah, die hätte ich als Bildungspartner nehmen sollen. Die sind jetzt auch katholisch. Okay, bis auf das Freien Zürich besetzte ist hier die ganze Insel jetzt katholisch. Ah, Eisen in der Kunetz, unserer neuen Kolonie. Okay. Okay, die brauchen noch eine Weile. Und die Arifiz sehen hier Zwietracht. Unserer Hauptstadt. Hm. Und da ist unser Herrscher gestorben. Das war eine kurze Regierungszeit. Einzelmeer. Danach kommt Leofelm 423 auch sehr gut. 27. Jetzt haben wir einen 48. Herrscher noch einen 27. Okay, das wird eine Weile. Geht eine Weile wieder gut. Noch neue königliche Hochzeiten. Na nu, die hat gehalten. Okay. Claim of Wanda verloren. Aber ich hatte mir da mal ein Claim zugelegt. Und hier hat Mali das ganze... Das ist mal kurzzeitig in Portugiesisch wieder ein... Oh, Portugal ist auch ganz schön verkleinert. Aber... Nicht drüber nachdenken. Nation of Barat, your faithful ally, is requesting that you come to their aid in the... Tear Australian Reconquest of Boon Jalung against France, Tear Australia, Antille and Cherokee. This is a defensive war where we need to help out our ally. France is allied with Brazil, Colombia, Galicia, Cherokee and Arifiz. Okay. Gibt doch nochmal einen größeren Krieg. Wir müssen hier... Na gut, die Zwietracht haben wir gesehen, dass wir das hier Frankreich abgenommen haben. Barat ist auch schön groß inzwischen. Oh, ich hab ja... Ach, das haben die gerade jetzt eingenommen hier. Jetzt hab ich eine gemeinsame Grenze auch noch mit ihnen. Und Chirokee vielleicht auf die Finger klopfen. Auf jeden Fall, wir akzeptieren. Und machen wir nochmal Krieg gegen die Franzosen. Ja, das mag ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr anfangen. Das ist tatsächlich fast schon anstrengend zu nennen. Ach, hier wär der Großteil der französischen Flotte, der ist schon mal im Mittelmeer eingesperrt. Ne, das sind nur die leichten Schiffe gar nicht wahr, dass das der Großteil ist. Äh, was ich mache, ich nehm mal die Mission... Ne, die gibt's nicht mehr. Und die sind hinaufgehört. Ich könnte die Sklaverei jetzt abschaffen. Dann wird man Missionare schwächert. Das ist mir grad gar nicht recht. Ne, ist gut. Wir sind die Kräfteverhältnisse. Wir sind überlegen. Nicht drückend. Oh, hier gibt's einen Zwischenburgen. Nee, das lohnt nicht mehr anzufangen. Dann ist der Teil hiermit beendet. Ja, 1774. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal mal wieder rein. Was machen die anderen eigentlich? Ah, die greifen nicht ein. Das ist auch ein bisschen... Ja, gut. Äh... Genau, Affiliate Frankreich wäre auch noch den Rest. Was haben die hier eigentlich gemacht? Die sind wirklich dabei, die Kultur hier umzubauen. Ist wahrscheinlich auch noch relativ billig bei, äh... äh... Kolonien. Haben es auch schon zu Hindu... Missioniert. Gut, also bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.